Moin moin, kurzes Update zu meinem Caterpillar 345B im Forst-Skin. Wie ihr seht, hat er jetzt einen Käfig bekommen, der auch schon so gut wie fertig ist. Des Weiteren habe ich endlich die Zange, die jetzt auch gefixt ist, das heißt sie läuft mit der Hydraulik mit und nicht mehr, dass die so gefixt war und ihr den Arm so ausbeiten musstet. Das ist kein Problem, jetzt könnt ihr auch den Arm gelenkmäßig drehen, heben, senken, wie ihr wollt und auch die Zange geht hydraulisch mit. Das wurde alles gefixt. Die Zange bekam ich von Getsam2030 und ich denke mal, dass ich jetzt im Laufe dieser Woche den Bagger, also nur den Bagger, weil der Rest ist auch noch in Arbeit, weil ich mache auch gerade noch eine Map und habe noch von meiner Community 2-3 Sachen am Laufen, die auch noch gemacht werden, also diese Woche denke ich mal, kommt er raus, nicht mehr lange. Dann sage ich mal Tschüss und auf Wiedersehen und bis die Tage, freut euch auf den Mod, es kommt noch einiges.